Deutschlandfunk Kommentar Das Ultimatum läuft ab und der SPD könnten die Mittel ausgehen. Die Parteiführung hat der Bundestagsabgeordneten Petra Hinz eine Frist von 48 Stunden gestellt. In diesem Zeitraum soll die Parlamentarierin ihr Mandat niederlegen. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass die Sozialdemokratin ihren Lebenslauf manipuliert hatte. Seitdem ist sie untergetaucht. Die Stimmungen und Vorgänge in Berlin kommentiert Stefan Detjen. Der 18. Deutsche Bundestag hat 631 Mitglieder. Wie viele von ihnen können Sie mit Namen benennen? Den Namen Petra Hinz haben bis vor zwei Wochen selbst altgediente Parlamentskorrespondenten nicht mit dem Bundestag in Verbindung gebracht. Die SPD-Abgeordnete war eine klassische Hinterbänklerin. Jetzt steht sie zum ersten und zugleich wohl auch zum finalen Male im grellen Rampenlicht der Öffentlichkeit. Das bedeutet nicht, dass der Bundestag ein Ort mit Grauzonen und Schattenwelten ist, die Schutzräume für alle möglichen Unanständigkeiten oder gar Rechtsbrüche bieten. Wer es bis in den Bundestag bringt, hat gerade in den größeren und etablierten Parteien einen steinigen Aufstieg hinter sich gebracht, der nicht nur durch das Dickicht des parteipolitischen Unterholzes führt. Auch Petra Hinz war zumindest in ihrer Heimat eine öffentliche Figur, deren Gesicht in drei Bundestagswahlkämpfen auf Plakaten prangte, die lokalen Medien Interviews gab, porträtiert wurde und auf öffentlichen Veranstaltungen für sich und ihre Partei warb. Dass sie dabei über mehr als ein Jahrzehnt mit einer grob gefälschten Vita durchkam, wirft Fragen an die Kontrollmechanismen auf mehreren Ebenen auf. Erst im Nachhinein wird deutlich, dass keiner diese Frau wirklich zu kennen glaubte. Das betrifft auch die Medien. Der Fall Hinz illustriert zum Beispiel die Aufgabe von Journalisten, Mandatsträger auch jenseits ihrer politischen Rhetorik zu beleuchten. Es geht nicht darum, stereotype Bilder von angeblich glücklichen Familienvätern und Müttern hinter dem Politiker oder der Politikerin zu reproduzieren. Aber Fragen nach biografischen Prägungen, persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen, die Politik motivieren, sind nicht nur legitim, sondern im politischen Sinne aufklärend. Noch dringender scheint der Bedarf zur Selbstüberprüfung im Teilen der SPD auf lokaler, ebenso wie auf Bundesebene zu sein. Denn selbst engste Weggefährten erklären nun, es bei Petra Hinz mit einer geradezu Fremden zu tun zu haben. Ihr ehemaliger Förderer im Essener Ortsverein, selbst in Bonner Zeiten langjähriger Bundestagsabgeordneter, behauptet, Hinz nicht näher gekannt zu haben. Der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty erklärte gestern, seine Co-Vorsitzende im SPD-Unterbezirk Essen habe nie persönliche Kontakte zu anderen Mitgliedern gehabt. Für eine Partei, die sich traditionell nie allein als politischer Kampf- oder Interessenverband verstand, sondern die gerade im Ruhrgebiet historisch immer auch soziale Heimat ihrer Mitglieder war, muss das ein zutiefst irritierender Befund sein. Anlass zu einem selbstkritischen Blick in die eigenen Reihen hat schließlich die SPD-Bundestagsfraktion. Denn was zusammen mit dem gefälschten Lebenslauf über die Arbeitsbedingungen im Abgeordnetenbüro von Petra Hinz bekannt wurde, erinnert an Verhältnisse, wie sie gerade von Gewerkschaftern und Sozialdemokraten gern als übelste Auswüchse patriarchalischer Familienbetriebe und kapitalistischer Ausbeute angeprangert werden. Abgeordnete sind im Bundestag grundsätzlich eigenständig und selbstverantwortlicher Arbeitgeber ihrer Mitarbeiter. Zugleich aber sind sie in Fraktionen eingebunden, die ein gewisses Maß an gegenseitiger Beobachtung und Kontrolle gewährleisten sollten. Im Fall Hinz scheint sie auf allen Ebenen ausgefallen zu sein.